Ich weiß gar nicht, wie oft wir diese Treppe schon gefilmt haben. Ja, keine Ahnung. Die 1-2 Mal war die Sonne ring, glaube ich. Haben wir schon gesagt, worum es heute geht? Nein. Nein, haben wir nicht. Hallo und herzlich willkommen zu StaplerTV. Heute geht es um das Thema Arbeitskörbe. Bist du ein Servicetechniker, der einen Job sucht? Bist du herzlich eingeladen, ruf mich an. Darfst du ein solches Fahrzeug fahren? War ganz einfach. War fast lautlos. Ich wüsste jetzt gerne, wem dem einen oder anderen schon die Ohren weggeflogen sind. So, heute geht es um das Thema Arbeitskörbe. Wir haben zwei Arbeitskörbe, die wir so standardmäßig haben, hier für euch vorbereitet. Und wollen die mal miteinander vergleichen bzw. wollen einfach mal auf so ein paar Details und Unterschiede eingehen und wollen mal zeigen, worum geht es eigentlich. Von der Größe her sind die beide gleich und sie haben auch beide oben so ein klappbares Gitter, damit man eben, wenn jemand hier drinnen steht und man den Arbeitskorb anhebt, denjenigen nicht oben unter der Decke einquetschen kann oder so. Die Gitter sind jetzt unterschiedlich von der Befestigung. Hier ist es einmal hinten eine Schraube und hier haben wir eben an der Seite so eine Abstützung, die dafür gedacht ist, dass eben das nicht wieder runterklappt. Die hier ist jetzt falsch rum montiert, aber ganz einfach aus dem Grund, ihr habt es eben gesehen, das Ding lag draußen bei uns im Regal. Der ist falsch rum montiert, da das eben weniger Platz wegnimmt beim Zusammenbauen. Deswegen das runterklappen, das nach innen und dann ist es eben ein bisschen einfacher zu verstauen. Die Dinger gibt es in verschiedensten Variationen. Das sind jetzt beides kleine Körbe für 1 bis 2 Mann eben. Die sind 80 x 80, die gibt es aber auch noch eine Nummer größer, 1,20 x 80. Das sind jetzt auch beides, ja gut bei der quadratischen Form ist es eigentlich egal von welcher Seite man einfährt, aber es gibt die eben mit Einfahrtaschen von der kurzen Seite oder eben mit Einfahrtaschen von der langen Seite. Wenn sie eben das Format von der Europalette haben, dann kann man die auch von der langen Seite einfahren. Da muss dann jeder gucken, was ist für ihn das Bessere, was ist das, was er haben möchte. Ja, ansonsten sind sie wie gesagt relativ gleich. Das sind eben einfache Standardausführungen, die einfach diesen Stab haben, damit man da nicht rausfallen kann. Und dann, ja, ganz wichtig sind eben diese Streben, die das Ding haben muss, damit dort auch keiner rausfallen kann. Da gibt es auch bestimmte Höhen, also ich glaube Meter oder Meter 10 ist die Brüstungshöhe, die man mindestens haben muss. Und die Fachhöhe, die man haben darf maximal sind glaube ich 50 Zentimeter. Das kann man aber alles nochmal nachlesen. Beziehungsweise wenn man sich so einen originalen Arbeitskorb kauft von einem der größeren Hersteller, dann sind die in der Regel ja nach geltendem Recht aktuell gebaut und nach dem, was man nach Berufsgenossenschaften und sowas alles beachten muss. Ja, hier sieht man so ein bisschen aus der Entfernung, TÜV geprüft, alles klar. Das ist schon mal so ein gutes Indiz dafür. Ja, der ist schon ein paar Tage älter, das ist ein etwas neuerer, den wir jetzt haben. Funktionieren beide und viel gebraucht werden sie nicht, weil wir ja auch das Thema Arbeitsbühnen haben. Aber hin und wieder ist eben auch das, dass man sagt, okay, Stapler mit Arbeitskorb, ja, wird aber immer weniger. Der Nachteil ist eben, mit einem Stapler und mit einem Arbeitskorb braucht man immer zwei Personen. Und einer, der unten im Stapler sitzt und eben den Arbeitskorb mal auf oben fährt bei so einer Arbeitsbühne, die kann man auch alleine benutzen. Also man kann alleine auf der Bühne arbeiten. Sagen wir es mal so. Man kann sich dann eben selbst über die Joysticks oder was auch nach oben fahren. Das ist eben der Vorteil von so einer Arbeitsbühne. Aber es gibt halt auch Einsätze, wo man sagt, ja, so ein Arbeitskorb hilft einem. Oder wenn man sowieso einen Gabelstapler da hat und es sind nur Kleinigkeiten, kann man auch so einen Arbeitskorb nehmen. Ich bin ein Freund von der Arbeitsbühne, aber es gibt die Dinger, deswegen wollen wir mal drüber sprechen. Einsteigen ist, glaube ich, ganz klar. Tut man hier von der Seite das Ding hochheben und schon steht man da drin. Also wir werden ihn gleich nochmal auf die Gabel von dem Gabelstapler draufsetzen und dann auch nochmal festmachen. Also die Dinger sind jetzt nicht irgendwie besonders schwer. Und man hat gerade auch gesehen, deswegen haben die Einfahrtaschen. Weil wenn die keine Taschen hätten, sondern einfach nur von oben aufliegen würden, dann könnte das Ding eben ganz leicht kippen und dafür sind eben die Taschen. Das zeigen wir aber gleich. Noch ein weiterer. Oder bei diesen beiden Körben vielleicht einer der größten Unterschiede ist die Sicherung am Gabelstapler. Und zwar haben wir hier zwei grundsätzliche Unterschiede, was die Sicherung am Gabelstapler anbelangt. Das hier ist so eher der Klassiker, wenn es auch um das Thema Gabelverlängerung geht. Das heißt, der wird aufgeschoben und wird dahinter gesichert. Einfach mit diesen Bolzen. Bolzen dahinter. Zudrehen. Fertig. Kann dann eben nicht mehr nach vorne rausrutschen. Das zeigen wir gleich. Es gibt aber auch verschiedene Gabeln, wo das nicht funktioniert. Entweder von der Größe her, entweder vom Platz her, weil es das Anbaugerät nicht zulässt oder sowas. Und da kann man dann eben sowas nutzen hier mit diesen Ketten. Das heißt, die legt man irgendwo um den Gabelträger hinten rum, um das Anbaugerät rum. Hängt es ein. Ob da oder da drüben muss man dann schauen. Man muss sie eben auf die entsprechende Länge kürzen, sodass sie straff sitzt, sodass sie stramm sitzt. Und eben das Abrutschen von den Gabeln verhindert. Ja, das gibt so als Unterschiede bei den beiden zu beachten. Ich glaube, das wird eine laute Folge. Gut. Bauen wir sie mal an. Was natürlich wichtig ist, bevor man da reinfährt, man muss die Dinger öffnen. Gerade bei dem hier. Und dann Gablerus, Staplerus. Anschnallen. Grüße gehen raus. Und dann muss jeder wissen, wie er das macht. Das hier ist halt kein Zinken-Verstellgerät. Sondern ein einfacher Seitenschieber. Das heißt, wir müssen die Gabeln auf die Breite einstellen, sodass wir in diese Einfahrtaschen reinkommen. Wichtig ist eben, dass wenn wir sie eingestellt haben, wir wieder oben die Gabeln einrasten. Dass sie oben in diesen Führungen eingehakt sind und eben dann auch sicher sitzen. So, und dann können wir ganz langsam und vorsichtig dort reinfahren. So, normalerweise fährt man den dann erstmal nicht so hoch, aber zum Zeigen ist es glaube ich jetzt erstmal einfacher. Der Bolzen sitzt dann am Ende hier hinter den Gabeln. Erst den anderen aussichern. Jetzt kann man von unten nochmal dahinter gucken. Also, das hier ist ja der Gabelknick und der Bolzen sitzt jetzt hier dahinter. Und ja, ganz einfach durch die Schwerkraft. Die Bolzen sind beide nach unten. Das ist quasi die Rausfallsicherung. Der kann also nicht mehr rausfallen und kann eben nicht nach vorne abrutschen, weil er dann quasi hinter der Gabel, weil die Gabel quasi das Abrutschen selbst blockiert. Das ist eben die eine Möglichkeit. Dafür sind diese da. Das ist auch bei Gabelverlängerungen beispielsweise, ist dieses System gang und gäbe. Einfach ein Bolzen durchgeschoben, den man sich dann verdrehen kann. Oder es gibt auch noch welche mit extra Splinten dabei. Und dann sind die gesichert gegen Abrutschen sozusagen. Ja, das ist dieses System. So, jetzt nochmal das Thema mit dieser Kette. Und zwar ist ja das Thema, wenn wir jetzt nur... Ich finde, wenn es sich gerade mit dieser Palette fast auf die Schnauze gelegt. Kette. Ja. Das Problem ist, ihr seht ja hier, wenn wir hier so einen Seitenschieber haben, dann würden jetzt diese Kette hier drum herum legen, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir an dem Seitenschieber dran sind und dann damit quasi die Kolbenstange beschädigen könnten oder Riefen reinmachen könnten oder Macken reinmachen könnten, was auch immer. Die dann nachher wieder den Dichtsatz beschädigen und dann eben, ja, wir damit nichts Gutes getan haben. Deswegen gibt es eben diese zum Verriegeln unten, was ich auch immer empfehlen würde. Aber grundsätzlich legt man dann, würde man das hier rumlegen und würde es dann oben einhaken und könnte dann mittels diesen, ja, Verbindern hier mittels diesen, wie heißen sie, Schäkeln, U-Schäkeln und könnte man dann das hier dran befestigen, würde das dann hier oben einhängen und würde dann die entsprechende Länge einstellen und hätte dann auch diesen Korb gegen Abrutschen eben gesichert, dass er eben sich nicht nach vorne von den Gabeln lösen kann und im schlimmsten Falle derjenige, der in dem Korb drin steht, mit den Gabeln dann abrutschen kann. Wir machen das jetzt mal, weil wir tatsächlich nicht damit arbeiten wollen, sondern weil wir es ja nur zeigen wollen. Machen wir das jetzt mal so, legen das hier unten rum. Ja, stellt euch vor, wir hätten es nicht da drum gewickelt, sondern hätten es tatsächlich gekürzt. Dann ist das jetzt quasi der maximale Weg, den der Korb noch nach vorne wegrutschen kann. Ja, und somit kommt er nicht von der Gabelspitze vorne runter und derjenige, der in dem Korb drin steht, kann also nicht da runterfallen. So, jetzt haben wir ein Problem, wenn Philipp filmt und ich hier stehe, wer fährt uns hoch? Wir haben einen Joker. Jolin, hast du eigentlich einen Staplerschein? Wir sind ja unter fachkundiger Anleitung hier, also guck mal, sie macht das wunderbar. Reinsetzen, Sicherheitsgurt anlegen. So, es gibt persönliche Schutzausrüstung, also PSA gegen Absturz. Die ist auch in der Regel immer zu empfehlen, sieht aus wie so ein Bergsteigergurt. Kniebt bei den Männern manchmal an den Stellen. Und da kann man sich dann anschlagen. Bei den Arbeitsbühlen sind verschiedene Anschlagpunkte und sowas dran. Dann kann man die einhängen, damit man eben im Fall der Fälle, wenn sowas dann nicht dort eben rausfallen kann. So, und jetzt, ich zeige euch das nochmal, warum sind die Einfahrtaschen so wichtig? Wenn man, jetzt nehme ich mit dem, für den Fall der Fälle, warum auch immer, sollte das Ding hier umkippen, dann schlägt, dann kann das eben von der Gabel nicht abrutschen, auch in der Sicht, sondern schlägt unten an. Und ja, nach vorne ist es gesichert über die Ketten, nach rechts und links kann es nicht mehr, aufgrund der Einfahrtaschen. Ja, also dafür sind die da. Die Dinger gibt es auch für Hochhubwagen. Ich habe das lange nicht gewusst und habe mich immer gefragt, wie soll das funktionieren. Mit dem Hochhubwagen geht das gar nicht, aber das geht dann schon. Und zwar sind einfach, es ist dann so gelöst, dass da unter den Füßen quasi oder unter den Ecken noch Stempel drunter sind, sodass man den Hochhubwagen einfach so weit anhebt, dass er aus den unteren Schienen, ja, aus den unteren Radarmen eben, dass er über den unteren Radarmen ist. Man fährt mit den unteren Radarmen unter den Korb quasi, fährt mit den Gabeln von dem Hochhubwagen dann in die Taschen ein und kann dann eben genau auch für Hochhubwagen so einen Arbeitskorb eben nutzen. Geht jetzt mit den Arbeitskörben nicht, aber theoretisch könnte man das auch so lösen, dass man die Radarme ein bisschen anhebt und dann mit zwei, drei Leuten eben so einen Korb da vorne drauf schiebt, je nachdem, ob das dann funktioniert. Aber da haben wir auch wieder das Problem, mit so einem Korb wird es nicht funktionieren, weil wir eben mit dieser Sicherung dann nicht bei dem Gabelträger dahinter klarkommen. Mit so einem würde es dann funktionieren, weil wir das eben am Gabelträger dann direkt befestigen können und dann wieder mit der Kette einfach so weit spannen können, dass wir dann eine fünftige Befestigung haben und alle sicher stehen. So, wenn ihr jetzt sagt, Björn, so ein Korb ist total geil, wollte ich immer schon mal haben, geht bei uns auf die Internetseite gabelstapler-kaufen.de und da findet ihr im Shop dann unter Anbaugeräte die zwei Arbeitskörbe und dann könnt ihr euch so einen bestellen, wir schicken den nach Hause und dann könnt ihr auch bald fahren, so wie ich. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao! Ciao!